In der Gedenkstätte Schloss Honig werden Führungen angeboten. Diese werden ausschließlich über die Stadtverwaltung Stolberg koordiniert, teilte die Behörde im städtischen Amtsblatt mit. Interessenten können sich an Frau Werner unter den eingeblendeten Kontaktdaten wenden, unter anderem auch per E-Mail unter kontakt-at-gedenkstätte-honig.com. Außerdem soll Schloss Honig eine neue Homepage bekommen. Gesucht werden jetzt die besten Motive, die auf der Homepage veröffentlicht werden können. Bilder und Fotografien von Schloss Honig können per E-Mail mit einer maximalen Bildgröße von 10 MB an b.eichhorn.stolberg-erzgebirge.de geschickt oder persönlich im Interimsbüro Schloss Honig in der Herrenstraße 5 in Stolberg abgegeben werden. Vor der Veröffentlichung wird es selbstverständlich eine schriftliche Vereinbarung bezüglich der Bild- und Urheberrechte geben. Die Fotografen behalten das Copyright für ihre Bilder und werden bei der Veröffentlichung als Autorin neben dem Bild genannt. Bedrohung kupft